So Leute, herzlich willkommen zum Part 2, The Goat Simulator. Ja, und das geht gleich los mit Jump über einen Obstacle. Ähm, ja. Das zum Thema Gas. Gas. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Jump over einen Obstacle. Betonmischer. Keine Füße, sing rein. Das ist Endlospunkte, oder? Ja. Bleib mal drin. Wirklich Endlospunkte. Der muss einfach bloß den Rechner mal ein paar Minuten anlassen. Natürlich. Äh, also, Staudamm. Oh. Guck mal, wie die Ziege schwimmt. Das habe ich auch schon bemerkt. Ich bin eine Ziege und ich... Ich kann alles. Ich mache Kröpfel und schwimmt. Weil die Ziege schwimmt auch noch rückwärts. Das ist eine Ziege, die kann alles. Was erwartest du? Beziehungsweise, was erwartest du nicht? Ja. Oh, ich fliege. Du bist wieder im Staudamm. Du kriegst ja bloß Punkte. Da ist was, da ist was. Keine Ahnung, was das ist. Da ist was in der Luft. Da musst du auf jeden Fall hin. Es zieht vorbackt aus als eine Laterne. Wir lecken es mal an. Was macht ihr denn? Ich habe gerade irgendwas angeleckt. Lecken Ziegen wirklich so viel, ich glaube es nicht. Haha. Oh. Ja. Headbutt, drüber springen. Kommt schon, Auto. Jumpen. Performance, also Front- oder Backflip. Ah, komm. Das habe ich noch nicht geschafft, irgendwie successful das zu machen. Aber schlagen wir erst mal eine Scheibe ein. Ja. Geht nicht, schade. Aber hier doch bestimmt, oder? Ja. Scared the shit out of them. Anlecken. Okay. Click computer. Monitor. Guck mal, die nimmt immer noch ihren Computer mit, die Ziege. Die ist mit dem Kopf im Glas. Ey, guck mal, schwul, 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 drüben, nein, nein, drüben ist eine Flagge, eine Regenbogenflagge. Da ist die amerikanische Botschaft, oder was. Sie ist mit dem Kopf, der auf dem Kopf, oder was? Da schon mal nach oben. Nach oben. Nach oben. Welcher Song? Da war doch noch eine Flagge gewesen. Da war doch noch eine Flake gewesen. Da war doch noch eine Flake gewesen. Wer vernehmt ist auch vorbeigem einen? Nein, nur. Hey, nur. Hey, geh mal das Rohr rein. War Rohr. Oh mein Gott, ich habe ja auch gesagt. Das war lustig. Find this sewer. Ich hier bei euch auch nicht. Jetzt ist ein Taucher. Das sind die Teenage Mutant Ninja Turtles. Wie geil. Kennst du die Serie? Nein, aber ich habe es schon mal gesehen. Das sind die Teenage Mutant Ninja Turtles. Ist das geil. Biggest Combo, easy. Keine Biggest Combo. Tschüss, ich gehe da mal wieder, ne? War doch genial, das Rohr reinzugehen, oder? Die Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich glaube, die sind hier bloß vollstens auf Gags ausgelegt, das Spiel, oder? Ja. Aber voll. Und das ist das Spiel bestimmt auch wert. Ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. Müsste ich lügen. Geh mal wieder in den zivilisierten Zivil. Mach mal einen Backflip. Jetzt auf einmal geht's. Backflip geht, glaube ich, noch nicht. Ich weiß zumindest nicht, wie... Mach einen Front oder Backflip, dann kriegst du ja deine Punkte. Warum auch immer meine Backflips nie successful sind, aber... Ich weiß nicht, wie man das performen soll. Am besten nicht so, und? Nein, ich spring ins Wasser irgendwie. Dann kannst du... In den Wasser geht's auch nicht. Das habe ich schon probiert. Nein, ins Wasser springen. Habe ich schon probiert. Ja. Ach doch, hat funktiert. Oh, let's go and kind of flying. Ach, du musst sechs Sekunden lang fliegen. Ich spiel nochmal. Ich spiel nochmal. Ja. M, das macht Spaß. Richtig. Allerdings. Vor allen Dingen... Kannst du mal so wie Rauch oder ist das mal so was machen? Das muss Wasser. Aber die Ziege ist ganz schön zerstörerisch. So, das will ich nicht... So, das will ich nicht... So, das will ich nicht das Haustier haben. So, fliegen. Max. Die Flaggen meinst du? Nein, fliegen, ja. Irgendwo lang springen und dann fliegen. Ich will vielleicht ein zurückgehen und vom Kran runterspringen. Hm. Den wir in der letzten Folge gesehen haben. Ha! Fuck, Max! Oder so. Okay. Okay, ich hätt's dir... Aber du musst insgesamt sechs Sekunden fliegen. Nee, du musst nur innerhalb nur... Oh. Cheat-Konsole. Oh. Dafür kann man cheaten. Ehrlich. Für dieses Game cheaten. Ah, fünf Sekunden. Mist. Ich glaub das ist doch da gerade die beste Methode. Geh nochmal der war ein Fahrer, oder? GAS-Container. 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 Nein, das machen wir nicht. Aber es wäre lustig. GAS-PURG-DOWN. 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 Lass lieber loows... GAS-PURG-DOWN. Ich will nicht nochmal... Du wolltest doch.... GAS-PURG-DOWN. 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 iiiidoi Early- easily Lass klapp ich mal los, oder? Ne. Da. Oh Gott. Ist das geil. Was ist das? Banschi. Wir machen überhaupt nichts mehr. Wir sitzen hier ohne die Tastendose berühren, ne? Ist das genial. Ich glaube, wir müssen dazu den Beitrag im Blog verfassen. Auf jeden Fall. Was ist das? Die verwinkt sich an dem Scheiß. Car-Accident. Get hit behind by a car. Na komm LKW, mach doch mal. Wuhuuu. 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 Okay. Da hat jemand toll programmiert, ne? Also. Die physics endet ist von dem Video. Es geht wieder raus. Es geht wieder raus. Es geht wieder raus. Und. Niuu. 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 Jetzt sind wir da. Oh. Liegt denn da unten? Da unten liegt was. Warte mal. Da unten lag so ein Trophäe. Da. Okay. Also. Wir sind die. Äh. Die. 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 Nein. Nein. Jetzt nicht nochmal. Nein. Lass mal. Bitte. Lass los. Lass los. Gut. Gaskontainer. Ähm. Ja. Ne? In die Eier. Ja. Der hat irgendwie ein bisschen rumgepackt. Ne? Aber ne Map gibt's ja auch nicht so recht. Oder? Das Scheißhaus. Das ist ein Scheißhaus. Ne. Das ist einfach bloß. Das ist ein Plümsklo. Das ist ein Plümsklo. Das ist ein Plümsklo. Das ist ein Plümsklo gewesen. Aber auch ein Loch drin. Guck mal. Eine unsichtbare Wand. Mitten im Spiel. Das waren Aliens gewesen. Siehst du hier die ganzen Kreise. Das ist doch ein Diener. Das ist Bitchfight. Bitchfight. Los geht's. No exercise. Rund zwei Weint dem Käppig. Ähhh. Okay. Guck das Ding mal. Guck mal. Guck die Dinge an. Schwach dir. Jetzt müssen wir wieder zurück zum Bitch-Bite. Genau. Hey, da, hier. Oh, und bei Hillybilly. Das ist der Hillybilly. Werfen wir in dem Gegend. Bring den Arsch mal aus und dann dreht er. Wir müssen erst mal wieder... Bitch-Fight. Falsch. Wo war denn der Bitch-Fight? Du musst wieder zurück aufs Feld irgendwo. Nee, da hinten ging's hoch zum Bitch-Fight. Oh Gott, dieser Code Simulator, der ist so lustig. Links, du musst... Nein, nein, der... Hier oben ging's doch hoch. Oder? Nee. Da waren wir vorhin. Da war der nicht. Ich hab mir eingebildet, dass hier oben der Bitch-Fight war. Ähm, willst du sagen da was? Ähm... Die Musik dazu. Okay. Aber es war wahrscheinlich schon richtig, weil die haben ja da oben dieses... Nee, nee, das war irgendwo auf dem Feld gewesen. Ja, aber wir wurden ja von da... Wir wurden ja von hier irgendwo auf das andere Feld rüber geschleudert. Ich glaub ich muss Slow-Motion reinschneiden, oder? Echt? Echt? Guck mal aufs Feld, ich dachte aber... Links, links! Nee. Geh nochmal hinter. Da! Oben! Rechts oben! Rechts! Das ist doch. Bitch-Fight. Ja. Haa! Du bist aufpassen. Du bist so ein BÄht-Ass! 1'600 Punkte mal 4. Gott. Ja, GOAT-Simulator. das war die letzte Runde, oder? Ich kann mal den Team mit dem Helpler gestimmen So, jetzt lecken wir mal jemanden an Das Fleisch Hey, wir hatten eigentlich einen Part schon rum Echt? Ja, dann Entgabe Entgabe Endgabe So, ja, also Wow, wie du rüstig gewesen, ne? Also irgendwo da links unten, da sind dann unsere Sachen So, also so Facebook, Google, Zeug, Gedöns YouTube und so, links da Beschreibung gucken Webseite und so, ne? Könnt ihr gerne mal reinschauen, da haben wir jetzt auf den Glock Nächste Folge verlinke ich da irgendwo ein Video Die aus Trailer irgendwo, so, naja Ist ja auch egal Ich hoffe es hat euch gefallen Jetzt geht's zur nächsten Folge mit dem guten Alex Und tschüss! ich weiß in der YouTube Ich bin kissed Der John .